Eine der größten Veränderungen ist der Fokus auf CO2-Neutrality und Sustainability. Wir sehen auf dem Markt, dass durch den European Green Deal die Mieter agieren müssen und CO2 einsparen müssen. Mit jedem Tenant haben wir Diskussionen darüber, dass das Gebäude im Jahr 2050 noch mit den Regeln der Europäischen Union verfolgt werden. Wir haben eine Spezialisierung für Renewable Energie. Wir werden eine große Menge Photovoltaik auf dem Roof installieren, für die Self-Consumption von Zardando. Eine Sache, die wir machen, ist zu reduzieren die Carbon-Footprint. Wir benutzen FSC-Certified Wood für load-bearingen Strukturen in ein paar Projekte, in ein paar Länder. Wir benutzen es in Österreich, in Graz, in den Niederlanden, in Nijmegen. Wir versuchen, verschiedene Optionen zu finden in der VGP-Network.